Ja, du sollst mal die Fresse halten. Oh, Devin. Oh, irgendwie hab ich mir das gedacht, dass der anruft oder irgendwas. I said, I'm sorry. I feel bad for you. But you don't threaten me, because this movie is happening, alright? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely slick, forgive and forget. Namaste. Irgendwie glaube ich ihm das nicht. Ich wette, jetzt auf der Premiere passiert irgendwas. Irgendwas so richtig Beschissenes. Pop, you know, I'm really proud of you, even though you did make it pretty shitty for me. Hey, Jim, where are the girls? They're at home, you know, they'll express their pride by showing up really late. Of course they will. And have you ever thought maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen kind of environment? Yeah, yeah, the thought is crossed my mind, I suppose. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boo tonight. Come on. We did it! Solomon! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, Fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Come on! Mr. Richards! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Famer Shame, but I do some acting on the side. I was wondering if- Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff! Pervert. Come on. No, 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 no! Let's go over here. She's lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Love, love, loved the movie. Well, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that was- Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Can I just have a hug? That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit dick. Who the hell is she? Looks like she stood you up. Hey! Hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer? Such a pleasure working with you. You see? I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Come on. Come on. Come on. Where's mom and Tracy? Either they're in for a while or something. We have to get to the house. You're a dead man. You're a dead man. You're a dead man. You're a dead man. Because I didn't shitcanned the movie. And then his lawyer died and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I gotta say in it. But you fucking killed his... Killed his lawyer? No. I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. Alright. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No. He's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. Alright, Jimmy. You keep yourself concealed. I'll go get the girls. Okay. First of all. Fettes MG rausholen und... Fuck. Okay. Is there anyone here? Oh, there's more. One. Don't worry about me. Clear the house! Oh, lock him! Okay. Ah, more Reverver. Ah, such assholes. Wow, what are they doing? Okay. Oh, there's another one. Stay put! Oh, that's been nice. Oh my god. Okay. Okay. Oh yeah. Ja? Oh ja. Ok, wo kommen die überhaupt hier hinten? Ok, noch mehr? Prost. Oh, von hinten kommt noch ein Wagen. Scheiße. Schüt, 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 schnell nach vorne. Scheiße, wo... Wo? Was? Warte, hier ist noch einer. Da kommt noch ein Wagen. Gefückt. Ok. Ey. Blöder Idiot. Ja, oh, what the fuck. Got you, you dick. Are you alright? No, it's not. What was that? Someone there? I'm gonna start shootin'. Fuck, fuck. Haha, yeah, you like that, don't you, huh? Take it all. Get the fuck off me! I thought I was on that guy. So you sit on his face? It's called teabagging? I really fucked him up good though, huh? Alright, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. Haha, Jimmy, ey. Warten... Haha, gbang. Ich dachte mir, ja, cool. Da hat er mit dem Nachtsig direkt den Felsch gemacht und dann... Hey, was macht der da? Gbang da? Sein Vater. Was ein Genie ist. So, was müssen wir jetzt tun, um diesen scheiß Devin loszuwerden? Ihn töten? Oh, bitte, ihn töten. Und dann seine ganzen Moneten? They came to my house, Lester. My house! So, I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but... ...Perryweather isn't sure on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. Alright, right, I don't know what to say. Hey, let's change where you stand on the Union Depository. Hell, now. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll give a word to Frank and Trevor. Alright. Also müssen wir Devin töten... ...und komplett Maryweather ausschalten. Damit wir sicher sind. Oder nicht mehr genervt werden, von den blöden Idioten. Hammer, harte Sache. So, jetzt muss ich überlegen. Was soll ich können machen? Weil ich will jetzt nicht direkt... ...die Story weiter machen, weil irgendwie... ...gibt mir das langsam zu schnell. Ich brauche irgendwas. Irgendwelche Immobilie, die ich nicht mehr kaufen kann irgendwo. Oh ja, ich könnte ja zum... ...hier. Psychiater mal gehen. Da war ich noch nie. Vielleicht ist er auch mal ganz lustig dazu hinzufahren. ... Video Gaga. Yo Gaga. Uhhh... ...so, wo ist die... ...Kur... ...da, da, da... Fack ich, dass er das... Oh! Geil, kein Kratzer. Good shit, da, äh, wo, hier? Der hat immer einen guten Wagen. Der wird ja gut bezahlt von uns. Der hat immer einen guten Wagen. Na ja, Michael, ich sehe dich wieder zurück und Zeit für deine Gesundheit. Ja, ich weiß nicht warum ich kam. Was willst du, Michael? Ich weiß nicht, ich... Ich möchte einfach... Ich möchte etwas, was nicht das ist. Du kennst? Das Wagen um zwei Dinge zu tun. Ich möchte ein guter Vater. Ich liebe meine Familie. Ich lege den Traum. Aber gleichzeitig... Ich möchte das andere Dinge, auch. Ich glaube, dass du wirklich nicht erwähnt hast, dass, indem du deine Therapie verabschiedst, du hast diese Verlapse verabschieden. Nein, ich habe das nicht erwähnt. Ich habe das nicht erwähnt. Also, Freund, was ist die Grund der Konflikt diese Zeit? Die Dinge sind ziemlich auf der Aufstieg, Doc. Es gibt keine größte Worte als Optimismus. Wo sind wir jetzt? Ich habe das nicht erwähnt. Ich habe das nicht erwähnt. Die Frau und Kinder sind wieder unter der Runde. Also... Vielleicht sind die Dinge gut. Mhm. Die Familie ist wichtig, Michael. Aber... Ich habe das nicht erwähnt, Freund? Ich habe das nicht gewählt, Freund. Ich habe das nicht gewählt, Doc. Ich habe das nicht gewählt, bevor du auskürzt. Was? Ich bin nicht aufgepasst, ich habe die Folge langweil von seinem Gelaber. Ich will gut sein, Doc. Ich mache das wirklich. Aber dann bin ich wunderschön. Hm... Was anderes? Was... ...sexual? Ich bin ein wirklich guter Mann, Doc. Wirklich gut, nicht nur ein Problem. Ich bin froh, dass du das hörst. Wirklich glücklich. Wirklich gut. Das ist großartig. Also, ich fühle mich, dass es in ein paar Bereichen gibt, und nichts in anderen. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich habe nie gehört, dass ich so eine Barreche von Denial, Selbstjustifizierung, und... ...hörger. Die Sache ist, Michael... Hier, können wir einfach eine kurze Bildung zusammenarbeiten? Cheese? Was ist das? Ich glaube, dass ich dich nicht mehr verraten kann. Das ist, ich bin in Liebe mit dir. Was ist das? Okay, das ist nicht wahr, Doc. Das ist nicht wahr. Gut. Du wirst lernen. Gut. Was ist passiert? Nichts. Es ist nur... Ich denke, du brauchst eine neue Therapistin. Und... Ich bin weg, die Stadt. Ich habe eine TV-Show. Ich werde ich famous sein. Ich werde ich famous sein. Ich werde ich famous sein. Ich denke, die fucking Geschichte. All diese fucking bitches, die mich pube-Head haben. Oh, sie werden es genug sein, um es jetzt zu machen. Du hast eine TV-Show. Du... Oh, was? Ähm... Oh, ne. Mein Wagen ist da. Nein! Okay. Ist er tot? Ja. Ja. Das nenne ich eine Abreibung. Ha. Okay. Hätte ich gedacht, dass es so ausgeht, aber... Okay. Hab ich nichts gegen, irgendwie. Okay. Haben wir hart genutzt. Tracy, was will die? Daddy! Are you okay? Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter, when you're dead, daddy. Okay. Ich dachte, da wären schon wieder irgendwelche Spinner. Aber die meinte von davor, glaube ich. So, ich gehe mal kurz in... Kleidung shoppen, gucken, ob es irgendwie normale Kleidung gibt. Obwohl... Ne, doch nicht. Okay. Ich dachte mir, vielleicht gehe ich in einem... Waffenladen. Aber ich denke... Ich habe ja eh schon alles längst gekauft. Ich denke, das ist ja noch nicht. Ich denke, das ist ja noch nicht so spannend. Hast du sie gefunden? Wer? Die Person, die die mercenarii in unsere Haus gebracht hat. Ich arbeite. Sind wir sicherlich? Du sagst, dass wir sicherlich wären. Er wird das nicht wieder versuchen. Ich bin auf dem Topf, Amanda. Verwärts mich. Echt? Du sicher bist? Ich bin positiv. Schau. Ich liebe dich, baby. Ich werde das zu tun. Okay. Schau, was haben wir denn hier? Oh, sieht das scheiße aus. Obwohl doch das letzte sah nie ganz gut aus. Nein, nicht das Handy. Na, obwohl doch nicht so ganz geil. Ne. Irgendwie ist ja nur scheiße. Überall nur Hemden, what the fuck. Oh man. Sieht alles so kacke aus. Ich weiß ja nicht. Obwohl ich könnte. Nein. Ich habe ein Polo-Hemd. Mein Gott. Das kann ich nichts hiervon. Der trägt nur Hemden. Okay. Dann zieht das an. Dann noch eine passende Hose. Ah. Okay. Schuhe. Gucken. Hä? Wann hat er auf einmal... Hä? Wann hat er auf einmal die Klamotten an? Okay. Okay. Hosen. Da sind Hosen. Shorts. Oh mein Gott. Wo sind wir hier? Ach. Geh mal weg mit Shorts. Oh. Dieser Laden, ne? Der macht mich fertig. Jetzt habe ich gehe. Okay. Ich glaube, ich würde sagen, das passt so. Normales Hemd. Okay. Okay. Ich glaube, ich würde dann einfach an der Stelle den Part beenden. Und den nächsten Part, wenn wir direkt mit der Mission anfangen. Hier. H. H für Hurensohn. Oh. Das große Ding. Yes. Endlich. Also fangen wir mit dem nächsten Part damit an. Okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.